Eins ist schon entschieden, ich glaube, das ist das lauteste Konzert jemals, als wir gespielt haben. Geht's euch da hinten auch gut? Man hört sich doch nicht mal mehr. Alle Hände hoch! Alle, alle. Auch die Becks Verkäuferin, auch ihr da oben, auch ihr ganz da hinten, auch Moritz. Moritz, Hand hoch! Hi Kids, ich bin Carlo, werft den Arm hoch und gebt mir ein Hallo. Hallo! Ja, 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 genau so, und war das jetzt so schön glücklich? Komm mal, Junge! Yeah! Hi Kids, ich bin Carlo, ich hab den Arm hoch.